Ich bin Business Coach aus Leidenschaft. Ich bin mit Leib und Seele bei der Sache. Mich faszinieren alle Aspekte der Tiefenkommunikation und des Resonanz-Marketing im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes. Vom professionellen Know-how bis hin zur gezielten Bewusstseinsarbeit mit meinen Mandanten, die Überzeugungskraft und Anziehungskraft entwickeln wollen, um ihr Geschäft zum Glühen zu bringen. Die Menschen, die zu mir kommen, erhalten meine volle Aufmerksamkeit und Zuwendung. Ich denke jeden Gedankengang meiner Mandanten mit und vertiefe mich sowohl in ihre Projekte als auch in ihr Wesen. Dabei hole ich jeden genau da ab, wo er gerade steht. Und wir arbeiten je nach Bedarf sowohl an beruflichen, an Marketingthemen als auch am Wachstum der Persönlichkeit, indem wir die Hürden und Ängste, Blockaden, die dem Erfolg im Weg stehen, in das Coaching mit einbeziehen und bearbeiten und integrieren. Mein Angebot richtet sich überwiegend an Unternehmer, an Existenzgründer, aber auch an Festangestellte, die im Business überzeugend kommunizieren und sich selbst wirksam vermarkten wollen. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf 1 zu 1 Arbeit und kommen viele Frauen zu mir, aber ich schätze auch die Zusammenarbeit mit Männern in der Situation des Einzelcoachings. Und dabei liegen mir die Menschen am meisten am Herzen, die in Veränderungsprozessen stehen oder in Krisensituationen sind. Und ich finde, Coaching sollte bezahlbar bleiben. Als KfW-Beraterin und als BAFA-Coach bin ich an die staatlichen Förderprogramme angeschlossen. Meine Beratungen können zu 50 bis 90 Prozent vom Staat bezuschusst werden. Für alle Phasen der Berufstätigkeit und auch der Arbeitslosigkeit gibt es Förderprogramme im Beratungsbereich. Man muss sich nur damit auskennen. Ich möchte vor allem Existenzgründern den Weg ebnen. Das hieß, besonders in der Entscheidungs- und dann auch in der Anlaufphase möglichst leicht haben, ein Coaching wahrzunehmen. Und dabei sollte der bürokratische Aufwand möglichst gering bleiben. Aus dem Grund begleite ich meine Mandanten von Anfang an, bei jedem einzelnen Schritt. Wir klären in einem Kostenfreien Erstgespräch die Eckdaten und arbeiten von da an Hand in Hand. Ich bin bei den Munich Business Speakers, Postmasters International und halte das ganze Jahr über erlebnisorientierte Vorträge bei Business Club Bavaria, KLW Mittelstandsforum oder auch bei WIM, Women & Network von der Petra Polk. Für ein persönliches Kennenlernen bietet sich auch das Business Frühstück Open Mind an, das ich seit 2011 veranstalte und moderiere. Alle sechs Wochen, zurzeit sind es sechs Wochen, in sechs Wochen Rhythmus. Alle sechs Wochen treffen sich 20, 30 bis 50 Teilnehmerinnen zum aktiven Networking. Jeder kann sich mit einem Elevator Pitch vorstellen. Es gibt ein schönes Business Frühstück und spannende Impulsvorträge. Vielen Dank.